Oh. Und tschüss Leute, viel Glück. Ein bisschen Abwechslung haben sie reingebracht, aber sind halt nicht so ein bisschen Battlefield ein bisschen Abwechslung haben sie reingebracht. Gehe ich dabei. Die feindlichen Panzer ausschalten. Ziele 2. Das ist easy. Die feindliche Helis auf dem Weg ziehen. Die feindliche Helis auf dem Weg ziehen. Das ist wirklich ein bisschen Abwechslung. Du schießt. Auf jeden Fall. Sie nehmen unsere Position ist Mörder. Du wackelt alles so viel. Los, los, los. Weiter. Vollgas. Kommando brauchen Feuerhebel auf diese Mörder. 3 1. Wir machen euch den Weg weit. Alles klar. Der Aufschlusspunkt ist direkt weg. Weiter. Ich weiß gleich, worauf ich alles achten soll hier. Ah, cool. Im Wesentlichen hätte er hier erwischen müssen. Aber da, tschuldigung. Eine erledigt. Noch drei. Einstieblich geladen. Einrichter, bitte zu Kauber. Los ist erledigt. Einrichter im Himmel. In Bewegung bereitet. Ich sehe gar nichts. Da gibt's Erfassung. Ausweichung. Ziel ausgeschaltet. Das war knapp. Okay, hier haben wir. Zeit mit euch zu spielen. Was zieht euch endlich mal an? Gut, was ist los? Kommando, Flugfeld gesichert. Verstanden, Badger 1-1. Vorrücken zum 4. Bataillon und dann direkt zur Echo 3-2. Primärziel unterwegs in Foxtrot 9. Ghost Team ist unterwegs. Wiederhole. Ghosts unterwegs. Starteinrichtung voraus. Wir sichern den Kontrollraum und starten die Föderationsrakete auf das Ziel. Pesh Merrick hier. Wir haben Bestätigung, dass Rock in der Einrichtung ist. Aber die Rakete muss vorher gestartet werden. Verstanden? Bigger und High Center. Bigger, Phaffi. Bigger und High Center. Schön hier reinwälzen. Wir haben noch Ruhe. Schön hier reinwälzen. erstmal Ruhe haben nein, hier hab ich meine richtige Waffe in der Hand so, Ruhe hier wo bin ich sicher, welches Zeichen, wo bist du achso das war einfach kommando, Startzentrale gesichert Merrick, Flugbahn aktualisiert, bereit start vor Achtung, zahlreiche V-570 Mantis-Geschütze im Gebiet verstanden, Beto macht ihr Weg frei, kommando Ende let's get the party started Kette 1, unterwegs Kommando, Ladung ist unterwegs, Standfrei erfolgreich Kommando bestätigt, gute Arbeit, gentlemen Merrick, die Rakete ist raus, haben einen Hinweis auf Rock, wir holen ihn uns Negativ, Ash, zurück zum Sammelpunkt, wir spüren ihn gemeinsam auf Sorry Merrick, du bist hier fertig Das ist genau das, was, äh Hä, äh, die Dinge zum Bösen gemacht hat, genau das gleiche, wollte auch einen unbedingt haben Erst, als er ihn wirklich bekommen hat, wollte er Ruhe geben Oh, das hat ihn getötet Ruhe jetzt da hinten Danke, Hacke Ja, wenn du jetzt noch ein bisschen länger mit dem Nachladen brauchst Können wir gar nicht Weihnachten feiern, Junge Dann werden wir jetzt schon mal nach, ey Wir müssen zu Rock Wir müssen zu Rock Wir müssen zu Rock Wir müssen zu Rock Feuertrupps in Schach in 3-1, wehren uns den Frachen auf Roger Last Rock 2, direkt voraus Warum? Warum alles in der Welt? Das macht keinen Sinn Guck mal, der kann da einfach rausrennen Das wird nix So, jetzt tut doch mal Ruhe hier hinten da Nee, ist klar Sechs Minuten bis zum Aufschlag Los, der Zug fährt ab! Bleiben wir im Zug! Merrick, wir sind im Zug, wir holen uns Rock! Da haben wir Granate hinterher Piss aus Ghosts haben den Sektor gesichert Rakete ist unterwegs Alles konzentriert sich auf das Primärziel Die Vorhut der B-Kompanie kriegt Luftunterstützung bei der Satellitenfahrung Die Luftabwehr wird alles vom Himmel holen Auch unsere Rakete Unsere Pasta müssen diese Geschütze ausscheiden Kommando, wir brauchen Luftunterstützung an der Brücke Verstanden, ACM sind unterwegs Schau, Panzer zu fahren Die Brücke ist frei Ziele, 2 Uhr Rock, bei der Hand der Perfektiven Sie nimmt los Feindlinien wurden durchbrochen Brücken zum Primärziel vor Schatten Sie alles aus und sich bewegen Raus! Raus! Motor von der Brücke Feindliche Luftabwehr muss zerstört werden, damit der Hand für Perfektiv ist Verstanden, Kommando Der Schatz bereit Durchbrechen gleich das Tor Ziele auf 8 Uhr Wir sind im Zielbereich Die Geschütze ausscheiden Ruhig abhängen Treib Käfig bereit Ziele 1 Uhr Geschütze sofort zerstören Begleit Wir sind im Zielbereich Wir sind im Zielbereich Wir sind im Zielbereich Wir sind im Zielbereich Begleit Geflüge Ich habe keine Ahnung, wo mehr vorne und hinten ist, Kollege. Okay, hier ist vorne. Ich bin auf dem Weg. Ich bin dabei. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Was ist los? Kommando Luftabwehr wurde ausgeschaltet. Der Weg für das Paket ist frei. Alle Einheiten, der Reich evakuieren. Ladung ist unterwegs zu ihrem Koordinat. Wiederhole, Ladung unterwegs. Bewegt deinen Arsch, Soldat! Bewegt deinen Arsch, Soldat! Die Kameraden sind tot. Ich kann nicht. Ein Bug lässt mich nicht vorwärts kommen. Würde ich gerne, aber ich werde von allen Seiten geschossen. Ach, ich muss auch noch direkt dorthin, sonst hat das keinen Sinn. Ab in den nächsten. Ein paar von euch, Wallahne, das kannst du glauben. Würde ich mal persönlich runterholen. Das war zu knapp, Leute. Kommando, der Komplex ist zerstört. Wiederhole, zerstört. Meine Leute sind tot. An alle Einheiten, Kommunikation getrennt. Grünes Licht für Phase 2. Aber sie sind für eine gute Sache gestorben. Wiederhole, Phase 2, reingegeben. Icarus, Routenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Angriff. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Näher uns zählt. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Das ist ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ring, Föderationssatelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da und erledigt es. Verstanden. Gehen rein. Schwere Föderationverstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Gut. Was wir jetzt aber da oben alles erleben werden, das erfahren wir erst. Bei der nächsten Aufnahmesession würde ich sagen, Ich bleibe mich fürs Zusehen und hoffentlich sieht man sich auch immer mal online. Tschüss. Tschüss.